Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite-Skin-Gameplays mit Minimengleich. Ja, wir haben hier den neuen Schneid-Skin gefunden, das neue Outfit in Grid. Jo, hier wird ein bisschen getanzt, wir tanzen gleich alle mit, wenn wir mal checken, dass er das ist. Und lasst uns einfach mal laufen. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Als hätte er es gewusst, dass wir es sind, er tanzt um uns herum. Und gleich tanzen wir alle mit. Ist das nicht geil? Das sind Situationen, da liebe ich dieses Spiel. Ja, mit der Sniper verfehlt er jetzt erstmal. Aber dafür trifft er mit der Deagle umso besser. Schön vom Hoverboard geholt. Und das war's. Nice one. Ja, hier hat er ein bisschen zu lange gewartet, bis er dann... Tja, das ist mal eine Ansage, ne? Der schießt fünfmal vorbei und er macht einen einzigen Geschuss. Und das war's. Tja, das war's. Ja, der Gegner landet und gibt ihm gleich einen Hit, baut sofort eine Wand vor sich, eine Mauer. Wie sieht es aus, leckt das jetzt hier, weil ich ahne, genau, er ist an der Wand gerade vorbei gelaufen und hat den Hit abkassiert. Wahnsinn. Und hier sieht man mal diese Flugkurve, er zielt über den Kopf und trifft unten das Schienbein. Nice Shot, man. Sehr geil. Macht er mit 157 Schaden. Ja. Den verfehlt er. Jetzt bin ich nochmal mit der Deagle ein bisschen geschossen. Auch der wird verfehlt. Jetzt ist das Match auch schon vorbei. Wenn es euch voller, lasst mal bitte einen Daumen da oben da, schreibt was in die Kommentare, benutzt unseren Supporter Creator Code sofort U gleich TTV. Vielleicht seid ihr ja nächstes Mal Teil unseres Videos. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Skin Gameplays mit Minimand gleich auch dreimal. Bis dann und tschüss. Tschüss. High K 0